Richtig, am besten bei den Dämonen als Cliffhanger. Es kann keine Cliffhanger geben, wenn die nächste Folge eine halbe Stunde später kommt. So, hier war die Hürde der Prüfung. Da war ich drin. Da muss ich nicht nochmal vorbei. Übrigens hat mein Hund, glaube ich, Flöhe. Aber morgen kommt er, ist er spot on. Also nicht viele. Er hat sich wahrscheinlich bei irgendeinem das ein bisschen eingefangen. Ach, das ist nicht blöd, das ist halt normal. Kann halt mal passieren. You look a bit under the weather. Hm, lauf erstmal ein Stück vor. Ich dachte gerade, ich kipp den Kaffee über meine Tastatur. Nicht, dass mir jemals ein Flüssigkeitsunfall passiert wäre. Das Glas steht schon den ganzen Morgen hier. Ist ja ekelhaft. Ah, ich würde es nicht direkt angreifen sollen. So haben sich die Spinnenanhänger auch in Spinnen verwandelt. Als die Eier geschlüpft sind. Ich denke, dass 2 bis 7 Giftschaden pro Runde nicht der wahre Wert ist. Spinnen und Spinnen und Spinnen und Spinnen und Spinnen. Spinnen und Spinnen und Spinnen. Spinnen und Spinnen. Geabsorbiert über 50% des Schadens mit der Rüstung. Und das ohne Schild. Wobei ich sagen muss, ich habe bei Divinity noch nie ein Schild eingesetzt. So, ich will mich wegen dem Boden nicht vergiften. Hm. Ich lege tief, und ich nie lasse. So, ich will mich nicht weg. So, ich will mich nicht weg. Könnt ihr nicht einfach mal tot sein? So, noch einer. Und immer einen großen Heiltrank. Okay, Feuer scheint wirklich das zu sein, was eins zu eins durchgeht. So, noch einer. Das war's für heute. Ach, verdammt. Ich habe schon die ganze Zeit den Verlangsamseffekt immer rausnehmen können. Mit seiner Fähigkeit, aber weil das bis jetzt nie so präsent war. Habe ich da nicht so großartig drauf geachtet. Papa kocht gleich. Ja, ich koche wirklich richtiges Essen. Ich mache mir nochmal ein paar Bratkartoffeln. Nur mit den Kartoffeln weggehen. Und die Leute denken so, ihr richtiges Essen, Bratkartoffeln. Naja. Könnte schlimmer sein. Und das bringt mir jetzt nichts. Warum ist meine Spinne sofort gestorben? Im Feuer. Was ich nicht erwartet habe. Guten Tag, Quentin. Seit wann kocht man Bratkartoffeln? Kochen ist ein Überbegriff für alle Zubereitungen von Lebensmitteln. Und ja, die werden natürlich in der Pfanne gebraten. Tiefgepizza ist Bekocht werden. Tiefgepizza ist Bekocht werden. Äh. Tote den mal. Scheiße. Warum移st du alle so weit? Ah. Entspann dich, Enkorod. Ich werde noch zu den Orken hinkommen. Enkorod ist mir schon ganz wild darauf, dass ich den Spalt stieße, damit ich endlich 8000 Räume in meinem Hauptquartier mal freischalte. Weil ich da nie war. Karawanenhändler. Ich traf eine Gruppe von komischen Kolzen, die Spinneneier verehrten. Waren das eure Freunde? Was ist hier passiert? Es gibt Cobwebs hinter meinen Augen. Sie kommen aus meinen Augen. Bin ich... bin ich verrückt? Nein. Nein, unmöglich. Ich bin jetzt deutlicher, als ich in Tagen bin. Die Spinnenkönig. Es war sie, die uns zerstörte. Sie, die uns zerstörte. Sie, die uns zerstörte. Sie, die uns zerstörte, nicht aus unseren Länden, während wir Teile von dankbarer Gewöhnung kregen. Ihr sagt, die Spinnenkönig hat euch vergiftet. Ja, ich... Ich kann es knappe erinnern. Wir sind Traveller, ihr seht. Trader und Merchants, immer auf der Route von Stadt zu Stadt. Waren Goblins das kleinste Problem, wenn euch die Spinnenkönig hier vergiftet hat. Die Spinnenkönig sind sehr großartig. Aber die Spinnenkönig sind sehr großartig. Und so haben wir eine Early Camp, die erste Nacht gemacht. Als die Sonne verabschiedet wurde unter dem Horizont, die Spinnenkönig gingen, die Spinnenkönig gingen. Wir fühlten sie in unseren Stomachs, die Unreaktigkeit der Welt. Suddenly, als ob sie in eine Thunderclap sah, sie war da bei uns. Und nicht so viel als fathom das Wort, »Escape«, »Ich bin da mal weg«. Deine Freunde sind übrigens alle tot. Tja, willkommen in der Lavahölle. Habt ihr Göttin gesagt? Ich liebe die Göttin. Ihr liebt sie doch auch, oder? Natürlich tut ihr das. Du mit deinen dämlichen Steinen. Verflucht seist du, K.I. Ich schneide eure Kehle durch. Ich bin warm als fresh apple pie. Geh! Was ist das? Oh, jetzt hat sich der Hund wieder hingelegt, was aber kein gutes Zeichen ist. Ganz warm als Dragon's Breath! Ach, da links stehen noch zwei Wachen. das hast du gut gemacht gleich nochmal mit einem guten Zauber der Teleportation könnte ich ihn übrigens Feinde einfach in die Lava rein teleportieren von der Karte von der Karte von der Karte Da ist der Vorderste schon gestorben. Äh... Machen wir dich mal Rasen vor Wut. Und hoffen, dass der Wirbelwind ein bisschen mehr austarkt. Chill-Trigger hat geblockt. Jetzt verstärken wir Madora noch mehr. Ich brauche die 90% mehr Schaden. Ich brauche die Bühne. Du bist gerade gegen Luft geschützt. Also nicht mit dem Stab den angreifen. 600 Schaden. Nicht schlecht. Hallo Lazarus. Ja, ich kann ihn gerade nicht gut hinter den. Oh, wir sind kurz vorm Level ab. Das brauchen ihre Seelen gar nicht. Mitsteller der Lehre. Wärme als Drakons, Bray. Dabei muss ich eh nochmal zum Händler, weil da brauche ich Tenebrium Waffen. Und ich glaube, ich habe nur einen einzigen, der Tenebrium Schaden macht. Obwohl, ich habe auch einen Zweihänder mit Tenebrium Schaden. So, aber machen wir jetzt den Cliffhanger Break. Dann gehe ich nämlich jetzt was zu essen. Gehe nachher mit dem Hund raus. Der guckt auch schon. Ist Balthasar nicht ein Name, den immer ein böser Zauberer hat. Nein, Balthasar ist ein Name, den immer der heilige König hat aus der Bibel. Der zur Geburt Jesu aufbricht, um ihm kleine Bakterien zu geben. Aber deshalb habe ich ihm das nicht gegeben. Nicht aufgrund einer biblischen Gegebenheit, sondern weil mir der Name gefallen hat für ihn. Nachdem ich ihn kennengelernt habe. So, wir machen Break von einer Stunde und 15 Minuten.